Ja, grüßt Sie, verehrte Leser und liebe Zuschauer von unserem Blog und willkommen zum zweiten Teil in der Serie Wann kommt der Crash? Ich bin Martin Schweiger aus Singapur, neben mir sitzt Gero Fuchs aus Pforzheim und wir haben uns in der ersten Sendung, also im Teil 1, mit den Grundlagen beschäftigt, wie beschreibt man exponentiell wachsende Systeme und die Grundlagen werden jetzt noch weiter vertieft, indem wir uns ansehen, wie das Geldsystem insbesondere in Europa jetzt genau funktioniert, weil um eine Abschätzung zu geben, was an dem System dann zum Zusammenbruch führt, muss man natürlich das System erstmal ein bisschen kennen und schon damit man herausfinden kann, was man dann an dem System beobachtet, wenn es dann crasht. Und das Wichtigste an unserem Geldsystem oder die zwei wichtigsten Eigenschaften sind einmal das, dass wir eine Zinseszinsfunktion eingebaut haben, die dazu führt, dass einmal Schulden exponentiell anwachsen, aber das zweitwichtigste ist, unser Geldsystem funktioniert auf einer Geldschöpfung, Sprich, Geld wird aus dem Nichts geschöpft, aus warmer Luft im besten Fall oder kalter Luft, je nach der Jahreszeit und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Und zwar, bei mir auf der Homepage gibt es einen Artikel, der beschäftigt sich damit, also und zwar mit dem Mindestreservesatz, es gibt auch mehrere Artikel dazu, aber der allerletzte, den habe ich, der hat diese Grafik hier, wir haben hier oben auf die Zentralbank und da unten haben wir eine, auf der Seite haben wir eine Bank und diese Bank, die hat erstmal kein Geld in der Kasse oder nur ganz wenig, weil die Gründer haben nicht so viel eingelegt und zu der Bank kommt jetzt da der Kreditnehmer, der will sich ein LKW kaufen für 100.000 Euro und macht jetzt mit der Bank einen Kreditvertrag und obwohl die Bank das Geld noch gar nicht hat für den Kreditvertrag, kennt die aber jetzt jemanden da oben in der Zentralbank, also das gehört praktisch zu dem Geschäftsmodell, gibt den Kreditvertrag an die Zentralbank hin und im Gegenzug, als Sicherheit gibt sie den Kreditvertrag hier mit dem Käufer hin und verspricht auch noch, okay, also wenn du mir jetzt das Geld gibst, nach diese 100.000 Euro, dann verspreche ich dir, nach so und so viel Zeit werde ich das Geld dann zurückzahlen. Oben in der Zentralbank, nachdem jetzt da der Kreditvertrag angekommen ist und mehr oder weniger gut geprüft worden ist, telefoniert dann einer mit der Druckerei im Keller und die drucken dann auf das Geheiß hin oben vom Verkauf die 100.000 Euro, stecken die 100.000 Euro in einen Geldlaster, der Geldlaster fährt da unten zu dieser Bank und die Bank gibt dann unten dieses Geld an den Käufer von diesem Lastwagen, der dann damit zu dem Kraftwagenhändler geht und dann da das Geld ausgibt. Es geht dann weiter, auf der Homepage wird es genau erklärt, der geht zu seiner Bank, zahlt es auf Girokonto ein, die Bank, die verleiht es weiter, muss aber eine Mindestreserve abgeben. Ah ja, ganz vergessen, die erste Bank hat natürlich auch eine Mindestreserve abzuführen, wenn die dann das Geld hier da unten verleiht. Also diese Funktion von diesem Geldsystem, das müssen Sie unbedingt nachlesen. Es ist so verrückt, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann, aber es ist total wichtig, dass man es versteht, besonders wenn man dann auch eine Vorhersage abgeben will darüber, wie lange das Geldsystem noch aushält. Ja, was man noch weiterspinnen könnte, weil wir haben ja jetzt erst viereinhalb Minuten, ist, ist denn diese Geldschöpfung beschränkt auf das Einreichen von Kreditverträgen bei der Zentralbank? Weil wenn es so wäre, dann könnte man das ja alles ganz leicht nachverfolgen und überprüfen. Und die Antwort ist nein. Es ist viel, viel schlimmer, als Sie sich das vorstellen können. Die Kredite entstehen nämlich, wenn einmal das Geld geschöpft ist, in dem Erstschöpfungsvorgang, durch eine Multiplizierung. Und diese Multiplizierung ist nur begrenzt durch den Mindestreservesatz, der bei der EZB letztes Jahr im Januar, glaube ich, von 2 auf 1% runtergesetzt wurde. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie funktioniert denn ein Kredit? Also jetzt, ich sage Ihnen mal, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie früher. Also, ich habe mir immer vorgestellt, da gibt es eine Oma, die kriegt Rente und trägt immer, weil sie nicht alles verleben kann, die Rente auf die Bank. Genauso der kleine Fritzi mit seinem Sparschwein, kommt am Weltsportag immer zur Bank. Und wenn das genügend Omas und Fritzis machen, dann sitzt die Bank irgendwann mal auf einem großen Sack Geld im Keller. Und wenn der Sack dann groß genug ist, dann hängt die Bank ein Schild raus, wir vergeben Kredite. So wie wenn der Metzger ein Schild raushängt, heute gibt es Würstel. Und dann gewerben sich also dann da rüben insgesamt 7 Leute um diesen Kreditsack, oder diesen Kredit mit dem Sack Geld, der im Keller ist. Und dann geht die Bank her und prüft genau, weil die muss ja schließlich was tun. Und dann kommt raus, dass von den 7 Bittstellern 6 eigentlich ungeeignet sind. Und der beste, also der mit einem geringsten Risiko, der die meisten Zinsen zahlt, ist die Nummer 3. Und die Nummer 3 kriegt dann letztlich dieses vom Fritzi und der Oma angesparte Geld. Und muss es dann noch mit Zinsen und Zinseszinsen wieder zurückzahlen, damit dann die Bank, die Oma und den Fritzi auch Zinsen aufs Sparbuch gutschreiben kann. So habe ich immer gedacht, dass es ist. Ist aber ganz anders. Und das ist auch erklärt hier in dem Artikel. Also sprich, wenn man einmal den Erstschöpfungsvorgang gemacht hat, hier, also wenn da so ein Kreditvertrag oder ein Pfandbrief, wenn das mehrere Gebündelte sind, da eingereicht worden ist, damit sich die Arbeit rentiert. Also man wird nicht gerade immer jeden Kreditvertrag einzeln einreichen bei der Zentralbank, sondern immer mehrere bündeln dann. Und wenn dann erst mal dieses Erstgeld geschöpft ist, dann geht das praktisch über den Mindestreservesatz, wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und wenn Sie jetzt 100 Prozent, also ein Prozent Mindestreservesatz haben, dann könnte man praktisch den gleichen Geldbetrag 100 Mal verleihen. Und natürlich wird es immer weniger. Und also dann kommt ein theoretischer Multiplikator von 100 dann raus. Also für 100.000 erstgeschöpfte Euros bei der Zentralbank ergeben sich 10 Millionen Euro am Schluss, wenn man es ganz geschickt macht. In der Praxis funktioniert es noch nicht, weil es gibt ein paar Beschränkungen. Also so in der Praxis kommt man auf den Faktor 30 vielleicht bis 50, wenn man das gut macht. Und größere Institute schaffen es besser als kleinere Institute. So, das ist das. Okay, kurze Zwischenfrage? Das passt gut, weil wir haben jetzt auch noch zwei Minuten. Zwei Minuten? Ich frage auch für den. Okay. Weil wir machen noch die Filme, wir haben noch zehn Minuten, wenn es geht. Hast du diese Grafik selber erstellt? Ja, die habe ich selber gemacht. Okay, und woher kommen die Informationen? Hast du die über die Jahre angesammelt? Das ist eigentlich ganz simpel. Also man müsste jetzt mal den Artikel sich mal rausziehen. Und da habe ich einfach mich hingesetzt und habe versucht mit den Informationen, die man so hat. Zum Beispiel die Bundesbank hat sehr lehrreiche Broschüren auf der Homepage. Und dann habe ich manchmal, so wie man es halt im Anwaltsberuf braucht oft, Grafik gemacht und habe dann so Kreise gemacht und habe gesagt, wie funktioniert das jetzt? Und habe einen Schritt nach dem anderen versucht nachzugehen. Was auch sehr gut ist, es gibt von Gerd Lothar Reschke ein Buch über das Falschgeldsystem. auf seiner Homepage wertperspektive.de. Das habe ich auch gelesen, das hat man wirklich sehr, das habe ich gleich zweimal gelesen. Das hat mir sehr viel geholfen, das zu verstehen. Und diese Grafik hier, die ist zwar nicht im Gerd Lothar seinem Buch drin, aber wenn man das Buch liest, dann kann man das auch selber machen. Und das ist auch zu empfehlen, dass man immer nur bei anderen nachliest. Weil das ist einfach so etwas von verrückt und so unglaublich. Ich habe das nicht gewusst bisher und in der Schule habe ich es auch nicht gelernt so. Also obwohl man bis zum Abitur Wirtschaftslehre gehabt hat und Rechtslehre. War eine Frage beantwortet, oder? Ja. Also müsste eigentlich jeder irgendwie selber machen. Okay. Ja, genau. Ja gut, also wir sind jetzt bei zehn Minuten. Das stimmt. Ja, also Teil zwei geht jetzt zu Ende. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, also das haben wir jetzt erledigt. Im nächsten Teil schauen wir uns dann an, wie die Bilanzsumme der EZB sich verändert, weil ja jede Ausleihung, die sozusagen als Erstschöpfung passiert, sich in der Bilanz niederschlägt und auch jede Mindestreserve, die da bei der EZB deponiert werden muss, um das Geld dann weiter zu verleihen, die schlägt sich auch in der Bilanz nieder. Und da werden wir uns das mal anschauen und auch die Frage beantworten, warum denn jetzt ausgerechnet die Bilanzsumme und nicht irgendwas anderes, wie zum Beispiel die veröffentlichten Zahlen über die Geldmenge. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Aus dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.